Mit Hilfe des Soundstudios habe ich jetzt ein Restaurant hier in den Raum gezaubert. Ich denke, Sie können es gut hören. Dadurch, dass ich unterschiedliche Restaurantszenen nachstellen kann, wie ein Straßencafé oder jetzt, was Sie jetzt im Hintergrund hören, ein kleines Restaurant oder auch ein ganz großes Restaurant, kann man ganz hervorragend kontrollieren, ob man in solchen schwierigen Situationen wirklich gut versteht. Kommen Sie vorbei und probieren Sie es aus. Es ist ein wirkliches Erlebnis. Ich freue mich auf Sie.